Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von Everland. So, das Böhmchen. So, neue Kiste, ist glaube ich auch ein Stern. Jawohl, ja, sehr fein. So, bravo, bravo. Und dann müsste es normalerweise nur einen geben. Es kann nur einen geben, ja. Ah, da. So. Mir kam vor, es waren insgesamt drei. Ich hoffe, ich verdue mich da jetzt nicht. So, genau, hier, Böhmchen und boom. So. Und tadaa. Sehr fein. Nummer drei. Ich habe jetzt keinen Plan, ob es vielleicht noch einen vierten gegeben hätte. Mir kam vor, nicht wirklich. So. Oh. Ah, der noch mal. Was so wichtig. Wow. Du Trottel. Schein ihm nicht... Ach so, ja. Die will ich eigentlich... Wow. Schein ihm nichts anzuhaben. Ja, ja, genau. Fledermäuschen. Perfekt leben. Au. Das war jetzt wieder super, ne. Hat sich super ausgezahlt. Au. Wusch. Na super. Jetzt hat er sich nicht angehauen, tut. Wow. Au. Ja, jetzt bin ich wieder voll reingelaufen, ne. Das ist... Das haut jetzt echt super hin. Da kann ich echt nur sagen, bravo. Wow. Wusch. Ah. Wow. Jetzt aber. Alter. Jetzt stirb weg, du scheiß Fledermaus. Echt. Wow. Ja, ja. Bip, bip, bip. Ja, ja. Tu mich auch. So. So. Wow. Haben wir ihn erwischt? Ich glaube, ne. Ah, jetzt bleibe ich stecken. Ha. Game over. Scheiße. Peinlich. Hoffentlich muss ich jetzt nicht nochmal die ganzen... Sterne holen. Wahrscheinlich schon. Ach, Käse. Ja, ich bin auch selber schuld, ne, wenn ich mit so wenig Herzen den Gegner angehe. So. Na, passt. Wow. Gut, die haben gezählt. Au, du Kerl. So. Ich sollte vielleicht nicht auf das Knöpfchen steigen. So. Ich brauche jetzt streng gesehen, den haben wir eh gemacht. So, können wir eigentlich abhauen. Tschüssi. So. Dann gehen wir zum Mana-Baum, ne. Das habe ich nämlich auch noch geholt gehabt. So. War das... Ich glaube, das war die Höhle, die so schwer war. Wo wir dann im Endeffekt nichts bekommen haben, glaube ich. Verlieskeller, genau. Schrein vom Barbar-Mut. Ja. Ihr habt den Schrein der Barbar-Mut gefunden. Jo. weg. So. War? Noch einer. Äh, ja, sicher. Ja, ja. Ist schon gut. Ist schon gut. Sehr gut, ein Herz. Freigeschaltet. Das war ein Unfall. Ihr habt 20 Töpfe zerbrochen. Genau. Das ist ein Unfall. So. Aha. Au. Au. Meine Güte. Wow. Ja, ja. Natürlich. Ah. Wow. Ja, den ersten haben wir schon mal. Da bin ich schon halb verreckt. Sehr gut. Ja, ja. Wie viele gibt es noch? Au. Jetzt treffe ich nicht. Es ist ein Zweihänder. Verstehst? Au. Und du triffst nichts. Ah. Jetzt stehe ich sowieso. Ja. Wieder mal ungeschickt ohne Ende. Ja, ja. Ja, ja. Du mich auch. Oh Gott. Lass ich mich einkesseln. Ja, ja. War klar. Wie viele sind das jetzt? Sechse? Boah, ist das schlecht. Echt. Ich bin so schlecht. Ah. Ah. So, geh weg. Ach ja. Da. Da. Nochmal dasselbe in grün. So. Dann haben wir den nämlich auch fertig. Und dann können wir uns auf den Endgänger konzentrieren. Ja, ich werde versuchen nur die zwei auszulösen. Ach komm. Ja, so viel dazu. Das ist jetzt aber unfair. Also echt. Das ist ja abgekatert, ey. Ja, sicher. Ja, der ist auch erledigt. Wow. Wow. Der ist auch erledigt. Der ist auch erledigt. Ja, schlangen Sie bitte Luft. Au. 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 So. Du noch. Passt. Da. Alter. Passt. Puh. Geht ja. So. Und aufs Knöpfelein. Jetzt. Hm. Den zweiten Knopf noch, denke ich mal. Vielleicht ist er. Wow. Gesterben. Mistviech. So. Aha. Da freue ich. Ist logisch. Ja, ja. Ist schon gut. Hallo. Hey, war ich nicht einmal drin? Was ist denn das für ein Mist, ey? Ja, sicher. Dann geht's wahrscheinlich von oben, ne? Also muss ich zuerst... Ja. Da rein. Na toll. Was? Gibt es hier irgendwo etwas, das gesprengt werden kann? Oh. Wah. Langsam. So. Und jetzt darüber. Oder wie? Und jetzt, hör. Ah, da haben wir was. Da haben wir ja was. So. Blup. Boom. Sauber. Schwertelein wieder. Mhm. Da ist zu. Papa. Das heißt, irgendwo gibt es noch so einen Schalter. Der wird dann wahrscheinlich bei diesem Windrätsel sein. Nehme ich mal stark an. Aha. Schau. Hey, ich stehe hier oben. Ach, ey. Jetzt. Aha. Ah. Mhm. Super. Falsch gegangen. Jetzt. Ja, ja. Na klar. Ist schon gut. So. Jetzt. Ja, da lassen wir es raus. Ui. So. Äh. So. Jetzt müsste. Ah, falsch. Eins weiter rüber. So. Darauf. Ja. Oder? Nein? Doch. Au. Au. Ja, 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 du auch noch. Ja, ja, du auch noch. So. Nix wieder raus hier. Boah. 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 Ach, du Gratler. Boah. So. So. Rätsel. Nächstes Rätsel. So. So, so, so. Ach, verkehrt. Na, wohl passt. Uh, Glück gehabt. So, so, so. So. So, so, und so. Nein, ich habe das noch nie gemacht. Ich habe das noch nie gemacht. Nein. Na, das ist nicht so schwer. Das, äh, das hat, das habe ich auch sogar beim, beim Twitch das erste Mal hinbekommen. Geht schon. So. Der Raum, der jetzt dann kommen wird zugleich, der da, der ist aus meiner Sicht schwer. Ah, na, 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 na. Uh, da, 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 blüttelt die, blüttelt die. Was haben wir da? Freigeschaltet. Die Karte Barbermuth. Eine neue Karte. Jawohl. Danke. Au. Au. Alter, leg mich doch auf den Buckel. Ja, ja. Bibi, bibi. Du mich auch. Ja, game over. Ah, ja. Normalerweise müsste es aber gezählt haben. Ich könnte, ich dürfte normalerweise jetzt da einfach hochgehen dürfen. Ja. Mips. Mips. Au. Du Kackfick. Ack. Jawohl. Das ist jetzt echt billig gewesen. Au. Ja, geh weiter. Oh. Du Gratler. Alter. Da muss ich mal kurz wussten. Entschuldigung. Ach komm. Jetzt ist aber genug. Normal brauche ich das nicht mehr machen. Alter. Ah, schau mal. Bäumchen und so. Voll übersehen. Böse. Das ist jetzt okay. Das ist jetzt okay. Und nehmen wir das Sternchen mit. Jawohl. Errungenschaft. Superstar of Everland. Subi. Oh. Oh. So. Bam. Bam. So. Ach du Heilige. So. Nochmal. Wieder angeschlagen. Komm. So. Will ich treffen. Will ich treffen lassen? Alter. Jetzt bin ich wieder von der Tastatur abgerutscht. Super. Ja, ja. Bring mich um. Hast du recht. Na, der Raum da ist Katastrophe. Oh. Hallo. Ich brauche 20 Leben. 20 Herzen, bitte. Ja, jetzt hör auf. Alter, du saufig. Es ist halt oft echt, na, falsch. Es ist auch wirklich gemein gemacht manchmal. Ja, du Scheißgegner. Dass eine 2 auf einmal trifft, ist auch komisch. So. Ja, ja. Ja, ja. Ja, genau. Immer in die falsche Richtung stellen. Das ist ganz besonders wichtig. Sonst, äh, spielt man ja richtig. Ah, na, jetzt rennt er rein. Ach, Bursche. Alter, du Sau. Schau dir das mal an. Voll hergerichtet, ey. Na, der Bosskampf, der hat, glaube ich, eine Stunde oder was. Also, Bosskampf, der Raum da halt, ne. Da habe ich sicher eine Stunde gebraucht. Und kriegt habe ich nur diese Karte, ne. Ich hätte es nicht fertig machen brauchen. Das war so lame. Ja, jetzt mach doch deine Spezialattacke, du Idiot. Echt, es ist ja nicht zu glauben. Na, doof. Einfach nur doof. Ja. Ja, ich kriege die Krise, ey. Fängt schon wieder an wie damals. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Reines Glück, glaube ich, dass mir was nicht hat. Es ist so schade. Also, ich könnte mich da, ich, ja. Es hilft nichts, wenn ich mich ärgere oder wenn ich weiter traurig bin, dass der Part weg ist. Die Parts weg sind, die Aufnahmen weg sind. Das ist halt, ja. Dann muss ich halt nochmal leiden. Jetzt ein Schritt nach vorne. So. Mein. Ey. Lauf, lauf, lauf. Wah. Ja, da schauen wir mal, ne. Ist das fair oder ist das fair? Super fair ist das. Nichts hier weg, alter Schwede. Au. Ja, genau. Und dann gibt er kein Herz. Das heißt, Mistvieh. Wow. Ja, 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 ja. Wow. Alter, lasst mich hin. Alter. Ach, diese Steuerung ist auch so... Hakelig. Jetzt haben wir mal ein bisschen Ruhe. So. Wow. Das ist wieder abgerutscht von der Tastatur. Ma, jetzt steht er wieder schief. Dudel, 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 dudel. Sehr gut. Passt sehr gut. Oha. Au. Nicht gut. Ja, ja. Gut. Herz nehmen. Wow. Einmal Schutz. Ja, wow. Okay, freigeschaltet. Bestatter. Ihr habt 100 Skelette getötet. Okay. Also, gar nichts tun wir dann doch nicht kriegen. Schön. Nichts wie raus hier. So. Haben wir das auch. Und jetzt können wir dann zum Endgänger marschieren. Jetzt bin ich gerade am überlegen, ob ich Überlänge mache. Vielleicht habe ich das Glück und wir können ihn schon mit einmal umhauen. Und das, die Quest, kommt mir auch nicht mit. Der will Fleisch haben, ne? Woher kriegst du Fleisch? Händler. Ich bin einer der letzten reisenden Händler. Ein Nachfahre des legendären Torneco. Doch jetzt bin ich völlig ausgehungert. Seit Tagen habe ich nichts gegessen. Wenn ihr mir etwas gutes Fleisch bringen könnt, wäre ich etwas... Was? Werde ich etwas Nettes für... Also darf ich springen lassen? So. Ich habe keine Ahnung, wo man das herkriegt. Gutes Fleisch. K.A. Fast. Wub, 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 zocker hat Level Up erreicht. Also Stufe 9 erreicht, so muss ich sagen. Sein Wert für Verteidigung wurde erhöht. Supi. So. Ich habe, wie gesagt, überhaupt keine Ahnung, woher wir Fleisch kriegen könnten. Das habe ich... Das haben wir ihm beim Twitchen nie gefunden. Komme ich hier weiter? Komme ich hier rüber? Ja. Vielleicht... Entschuldigung. Alter, mein Hals, ne? So. Vielleicht im Heimatdorf. Von... Na, so wollte ich das jetzt auch nicht haben. So. Vielleicht in dem Dorf hier. Vielleicht kann man hier irgendwie gutes Fleisch bekommen. Ja, ja, ja. Hier vielleicht. Servus. Kaufen. Nein. Ich habe keine Ahnung, wo man gutes... Oh, 50 Gries gefunden. Ähm, wo wir gutes Fleisch herkriegen könnten. Hast du gutes Fleisch? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Hier. 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 Ja, vielleicht mal heilen. Jo. Ähm, ja, ja, ja. Jo, Speinatum auch gleich. Perfekt. Aber ich habe keine Ahnung. Was? Mein Krampf von A-Zephyros. Klingt nach besonders und nicht besonders unterhaltsam. So. Ja. Das können wir nicht aufmachen. Nein. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wo man gutes Fleisch herkriegt. Ich habe, ja, normalerweise, ja, killt man dafür irgendwas, ne? Habt ihr das? Ich habe etliche merkwürdige Geräusche von den nördlichen Höhlen gehört. Aha. Vorhin hat uns ein Mädchen besucht. Ist sie eure Freundin? Wie man da reinkommt, habe ich auch keine Ahnung. Ja. Von hier aus habe ich es auch mal geprobiert, ob man vom Brunnen aus in das Haus gelangen könnte. Oh. Ne, so über sie. Entschuldigung. Freigeschaltet. Die Karte Wurm. Eine neue Karte, um Doppelzwilling zu spielen. Entschuldigung. Die haben wir schon im Stream gefunden. Ich habe sie vergessen. Sorry. I'm so sorry. Na, da geht gar nichts. Dann hauen wir wieder ab. Ja, wie gesagt, keine Ahnung, wo man das Fleisch herkriegen könnte. Ähm, hallo? Ja, das hatten wir auch schon. Ein Trank gefunden. Ich habe keine Ahnung. Wo man da ein gutes Stück Fleisch herkriegt. Hast du sowas? Kerl? Nein. Hm. K.A. Ja. Ja, natürlich. Na, komm her. So. Perfekt. Perfekt. Brav. So wie einsteigen. Und, äh, ja. Wie gesagt, ich habe da überhaupt keine Ahnung, wo man da ein Stück gutes Fleisch herkriegt. Ich wäre halt davon ausgegangen Dass wir ein besonderes Fisch eventuell Erledigen müssen Und das hätte dann sowas Wäre ich halt davon ausgegangen Aber ich habe das irgendwie nie gefunden Und da haben wir halt schon den Mana Baum Dann Nanu So, dann würde ich sagen Ich packe mal hin So, wir werden So, ich verstehe mal die Maus Wir werden heute den Weg angehen So, da Das sind wir schon Hoffentlich kann ich den noch Sephiroth Komm hervor Zeige dich, du Wurm Ich habe euch erwartet Äh, wie schaust du aus Endlich seid ihr hier Ich möchte euch eine Geschichte erzählen Vor langer Zeit herrschten die Meinen über dieses Land Doch man machte Jagd auf sie Um ihre Hörner zu rauben Nur ich habe überlebt Und heute werde ich Rache üben Euch wird dasselbe Schicksal wie das Mädchen ereignen Der Mana Baum soll euer Grab werden Jo Jo Jo, er kommt schon So So Die Härmchen Okay So Nein, ich habe nicht erwischt Oh Wow Das war fast zu knapp Oh oh Das war schlecht Wow Na wie jetzt Geh Wow Raus hier Okay, das ist jetzt voll erwischt Jo Wieder mal ungeschickt Hä Was ist denn jetzt Ey So Vielleicht versuchen wir noch die Hände schlagen Bis dieses Auge auf dem Handrück verschwunden ist Ich sage einfach mal Auge dazu Es schaut aus wie ein Auge Jawohl, das erste ist schon mal weg Jetzt muss ich nur noch andere Richtung drehen Das wäre mal schön Jawohl Jo So Sehr gut Sehr gut Jetzt die goldene Mitte Wow Voll erwischt Ah ja Jetzt bin ich zu spät So Wo fängt er an? Ah Die Richtung Okay So Treffen Dann nach hinten laufen Ich hab da lang gebraucht Ich hab lang gebraucht Bis ich da drauf gekommen bin Wie der Boss funktioniert Jetzt fährt er gleich wieder los Ja 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 Meine Richtung Ist logisch So So Lauf 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 Hey Das ist ungefähr Usagi-Paker Ja ja Die wischen Mist Fink Willst du es einmal erwischen? Der sauft glaube ich Das ist jetzt nicht trifft Hallo Jawohl Jetzt war mal was Ja 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 Natürlich erwischt uns Ist logisch Aha Andere Seite hätte ich gewusst Ja ja Okay Hätt erwischt Der Ernst jetzt Das erwischt ich auch nicht Weil ich zu langsam bin Natürlich Ach Schön Schöne Fails Ja ja Das ist nun mal die erste Phase Ich versau die Schwierung So Jetzt kommt die zweite Phase Wie ging das nochmal schnell Ah ich glaube ich war schon wieder So Ihr mögt meine Steine Rüstung zerbrochen haben Doch in dieser Gestalt Könnt ihr mir nichts anhaben Ich werde euch mit Haut und Haar Verbreinern Ich werde euch mit Ich werde euch mit Annih Ich werde euch mit Ich werde euch mit Oh Und Ich werde euch mit Oh, au. Jawohl, wow, getroffen sogar. Wow, ah, natürlich. Jetzt hätten wir wieder bewegen müssen. Ich sag, ich schaff's nicht. Äh, ja, doof, ne? Und so. So, rein da. Natürlich werde ich das Ganze ein bisschen überspringen, weil geschichtlich kennen wir das eh schon. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Bla, 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 bla. Bah. Au. Ich will jetzt nicht alles leisten. Es tut mir leid, dass es konzentrieren tun. Ich will nicht versuchen. Warum ist das aufgehört? Ja, das ist kaputt. Wah, wah, wah. Nein, das war falsch. Ja, das war falsch. Jawohl. Wow, Glück gehabt. Jawohl. Lauf, 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 lauf. Ah, das war zu weit. Ich, idiot. Mein Fail. Ah, falsche Seite. Natürlich. Aber erwischt. Ich glaube nicht noch. Das habe ich ja toll hinbekommen. Der so viel schneller ist als wie ich. Das ist so nervig. Das ist so schwer. Ja, ja, ja. Das ist so, dass ich noch nicht mehr soll. Es wird ja wieder. Blablabla Ah, drei. Okay. Das war's ja zu schlau. Zweimal. Hey, das ist jetzt unfair. Zwei. Jetzt müsste es passen, ne? Aha. Nochmal. Aber jetzt. Boom. Boom. Einmal. Wah, die Kugel. Na toll. Super, das war auch verkehrt. Aber jetzt. Er spielt jetzt wieder ganz anders als beim letzten Mal. Fast. Vielleicht wären wir in einer anderen Welt Freunde gewesen. Das hätte passieren können, ja? So. Und letztes. Oder? Oh, wir sind schon fertig. Hä? Okay. Da hab ich mich verdammt. Entschuldigung. Da passt schon. Drei Phasen. Die erste war das mit dem Auge. Also mit dem Handrücken draufhauen. Die zweite Phase war eben das, wo er sich im Kreis gedreht hat. Und die dritte eben die hier. Perfekt. Und wir sind fertig. Ich hätte den Part verlängern können, ne? Ich werde ihn, glaube ich, dann dranhängen. So werden wir das machen. Also ich habe ihn zu diesem Zeitpunkt dann am vorigen Part dran gehängt. So. Gut. Sehr fisch. Somit haben wir das Spiel geschafft. Nicht zu 100%, aber geschafft. Ich muss ganz ehrlich sagen, von der Spielmechanik her ist es echt was Besonderes, ne? Dass das Level quasi sich im Laufe des Spiels verändern kann, das ist echt eine geniale Idee. Also mir gefällt es gut. Wie ist denn eure Meinung zum Spiel? Es gibt ja auch noch einen zweiten Teil. Hättet ihr Bock einmal auf den zweiten auch? Vielleicht, eventuell? Sagt mir einfach Bescheid. Ansonsten vielleicht, weil ich halt neugierig bin, vielleicht macht man die dann irgendwann einmal, wenn wir mehr Zeit haben. Wenn, ähm, ja. Wenn es gerade uns in den Kram passt, sagen wir so. 86,8% des Spiels abgeschlossen. Sehr schön. Was passiert, wenn man echt die 100% hat? Kommt da vielleicht noch so eine spezielle Szene? Ihr habt das Spiel gewonnen! Drückt Aktion, um zum Titelbildschirm zurückzukehren. Jo, aber das lasse ich jetzt mal so, denn ich verabschiede mich von euch, meine Lieben. Das war's für heute. Ähm, ja. Ich werde, wie gesagt, den vorigen Part jetzt mit dem hier verknüpfen und, äh, ein volles Ganzes draus machen. Ihr Lieben, ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Dabeisein dieses Projektes. Wir haben es jetzt, ich hab's jetzt endlich geschafft, es nachzuholen, es wirklich, äh, auch aus eurer Sicht beenden zu können. Ähm, wünsche euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören und sehen uns vielleicht auch im nächsten Part. Oder besser gesagt, im nächsten Projekt. Ihr Lieben, das war's. Und somit, Tschüssi!